Nein, wir sind hier nicht in München, wir sind in Wohenems im Tennis Event Center beim Oktoberfest. Wenn man sich hier so umschaut, dann geht es mächtig rund, genauso wie beim richtigen Oktoberfest. Perfekt, große Bier, alles ist gut da, passt gut, wie gefällt es dir? Mein Bier ist leider schon leer, aber wir holen einen Nachschub nachher, das ist super. Und, habt ihr das? Ja. Super da. Das ist so hart, geil, dann komm ich ja nächstes Jahrhundertpicks wieder. Das ist so hart, ganz eindeutig. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer das. Und wie findest du Oktoberfest? Super, jedes Jahr wieder, es muss immer wieder, jedes Jahr wieder sein. Gott ist prima, prima und ohne wieder, wir lieben. Also, eines habe ich heute ganz bestimmt dazu gelernt und zwar Oktoberfest, muss nicht in München sein, kann auch hier bei uns im Ländler, in Wohenems, im Tennis Event Center stattfinden. Und heißt auf jeden Fall, viele, viele Leute, ganz, ganz viel Bier und eine Bombenstimmung. Also, wir sind eine Bombe mit den Geschichten, die Kirchen haben, das sind ja auch nochmal quantity már Tennis Noahsbach. Ein Att sih- menritt, das ist ja auch immer wieder, voll. Was ist die Hände?